Du reist gerne oder bist auch beruflich viel mit dem Flugzeug unterwegs? Dann erfährst du in dieser Folge, wie sich ein Biohacker auf eine Reise vorbereitet und sich auch in der Luft vor potenziellen Gefahren schützt. Ich bin extra für diese Folge nach München gereist, um mich dort mit einem Experten zu treffen, der nicht nur selbst unheimlich viel gereist ist, sondern der sich vor allem mit dem Thema Strahlung bzw. Strahlenschutz auskennt. Wir sprechen über verschiedene potenzielle Gefahren bei Flugreisen und schauen uns natürlich an, was du tun kannst, um dich vor diesen zu schützen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge im PikWulf Podcast. Mein Gast in dieser Folge ist nicht nur einer der bekanntesten Biohacker Deutschlands, sondern er ist auch so sehr von dem Thema überzeugt, dass er hier in München in seinem Labor allen interessierten Zugang zu seinem Wissen, und jede Menge technischer Geräte rund ums Thema Biohacking bietet. Wir sprechen heute mit Andreas Breitfeld und ich heiße dich herzlich willkommen im PikWulf Podcast. Andreas, erzähl doch kurz was zu dir. Also erstmals herzlichen Dank für deinen Besuch und im Zuge dessen natürlich noch mehr Dank oder Freude daran, dass er für dein Interesse ist, sowohl am Thema Biohacking, das du ja schon selber sehr lange betreibst, wie wir so im Vorgespräch festgestellt haben. Und natürlich auch für den Weg, den du jetzt hier aus der schönen Schweiz nach München auf dich genommen hast, um dir das, was es hier im Lab so gibt, mal live anzuschauen. Ja, richtig erkannt. Mein Name ist Andreas Breitfeld. Ich bin seit jetzt knapp sechs Jahren, würde ich sagen, in der Welt des Biohackings unterwegs, kam allerdings weniger aus dem Zug der Selbstoptimierung in dieses wunderbare Themengebiet, sondern bei mir ging es in erster Linie mal darum, ja, einen kompletten Burnout, den ich atypisch früh mit 42 hinter mich gebracht hatte, wieder zu kompensieren und irgendwie einen Weg zurück in eine Funktionsfähigkeit zu finden. Und ja, abgekürzt darf man sagen, es hat mich ungefähr neun Monate und zwei verschiedene Ärzte gekostet, um diesen ersten Schritt zu gehen. Aber nachdem ich das dann geschafft hatte, in Anführungszeichen, war ich wahnsinnig fasziniert, was in so kurzer Zeit überhaupt möglich ist und bin dann offensichtlich hängen geblieben und darf mich jetzt seit sechs Jahren größtenteils hauptberuflich mit dem Thema Biohacking beschäftigen. Und eins der Ergebnisse dieser Tätigkeit ist der Platz, an dem wir uns heute befinden, das ehemalige KTC-Lab, wie es früher geheißen hat, oder jetzt halt das Lab von Breitfeld Biohacking, in dem sich ein Best-of der Devices, Gadgets, Technologien oder wie man das Ganze auch mit welcher Konnotation versehen möchte, befinden, die mir in den letzten fünf Jahren am effizientesten erschienen sind, wo ich quantifizierbare Ergebnisse aufweisen kann und die halt in meinen Augen die Technologien der Zukunft sein könnten, im optimalen Wohlbefinden und ein bisschen mehr Performance. Ja, diese Technologien sind ja auch mehr als super interessant. Ich dürfte mich ja heute bei dir von den verschiedensten Gadgets hier überzeugen lassen und fühle mich gerade ein bisschen wie ein Zuchtbulle auf Steroiden. Es ist aber gleichzeitig total ruhig, also ich bin total relaxed und denke, es ist unheimlich interessant zu sehen, eben was gibt es alles hier auf dem Markt, für welche Einsatzbereiche kann man das nutzen, um dann natürlich nachher zu schauen, für wen ist es interessant, weil es braucht ja nie jeder alles, sondern man muss schauen, in welcher Situation will man einen gewissen Hebel ansetzen und findet dabei sicher die richtigen Gadgets für. Andreas, heute wollen wir aber gar nicht so tief in die Biohacking-Gadgets einsteigen, sondern wir wollen uns ja austauschen über das Thema Dienstreisen und wo dort vor allem beim Flugverkehr Gefahren lauern können. Andreas, was kann ich hier tun, um so wenig Schaden, muss man ja sagen, wie möglich beim Reisen mit dem Flugzeug zu erleiden? Ja, grundsätzlich denke ich, das Einfachste wäre es grundsätzlich mit dem Arbeitgeber auf der Dienstreise immer sicherzustellen, dass man in der richtigen Buchungsklasse unterwegs ist, weil der Unterschied zwischen einem Sitz, der sich im Flugzeug irgendwann mal flachstellen lässt und einem, der das nicht kann, macht, glaube ich, muss man realistisch gesehen, für jeden Menschen, egal ob Biohacker oder nicht, schon mal einen ganz massiven Unterschied. Ist nicht schön, aber trotzdem wahr. Das heißt, Tatsache ist, ab einem gewissen Flugvolumen sollte man, gerade wenn es um die Langstrecke geht, tatsächlich darauf achten, habe ich eine Chance, in irgendeiner Weise in eine Position zu kommen, in der ich schlafen kann, weil, kleiner Spoiler vorweg, schlafen ist vermutlich mit Abstand das Sinnvollste, was man in einem Flugzeug tun kann. Aber um die Moderation quasi nochmal aufzugreifen und erstmal die Frage in den Raum zu stellen, was ist jetzt eigentlich das Problem an der Dienstreise mit dem Flugzeug oder was könnte das Problem mit der Dienstreise an dem Flugzeug sein? Grundsätzlich ist es so, wir alle haben irgendwann mal in der Schule Physik besucht und irgendwann erzählte irgendjemand vermutlich mal die Geschichte vom fahrradäischen Käfig. Da haben sich dann die meisten von uns wahrscheinlich irgendetwas gemerkt, wie ein Auto ist ein fahrradäischer Käfig und das ist ganz super, weil wenn wir bei Gewitter mit dem Auto unterwegs sind, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass uns der Blitz erschlägt, weil in einem fahrradäischen Käfig dringt keine Energie ein und theoretisch gesehen trinkt da auch gar nicht so viel Energie aus. Diese Erkenntnis oder diesen gemeinsamen Nenner brauchen wir für das, was folgt, mal grundsätzlich allgemein. Jetzt ist es ja so, Flugzeuge sind offensichtlich auch aus Metall gefertigt und man hört sehr selten, dass Flugzeuge oder Flugzeuginsassen aufgrund von Blitzeinschlag zu Schaden gekommen sind und mit dem Basiswissen stellen wir also jetzt fest, unser Flugzeug, egal welchen Hersteller, es ist Gott sei Dank ein fahrradäischer Käfig. Dieser fahrradäische Käfig bewegt sich jetzt anders als ein Zug oder ein Bus, natürlich in ordentlicher Höhe, das heißt der eine Einfluss, unabhängig von allem, was sonst dazukommen mag, den gab es wahrscheinlich schon beim zweiten Heißluftballon, ist schon mal grundsätzlich die sogenannte Weltraumstrahlung. Das ist eine ionisierende Strahlung und stellt damit schon mal etwas dar, was in der ursprünglichen Programmierung unserer Körper so nicht vorgesehen war, weil ein Vorflugzeug mit Flughöhen von, was erreichen wir heutzutage, 4000, 6000 Meter, glaube ich, ist so ein Standardweg von Langstreckenbomber, die gab es halt vor 100 Jahren noch nicht und es ist ganz klar so, dass diese ionisierende Strahlung durchaus schon mal massive Eingriffe in der Zelle vornimmt. Die Lösung für das Problem kann man da Gott sei Dank sehr schnell vorwegnehmen. Der Dr. Joe Mercola, mit dem ich auch in der Textilentwicklung immer wieder zusammenarbeite aus Amerika, hat ja dieses Buch EMF dieses Jahr veröffentlicht, wo er auch sehr ausführlich auf diese Themen eingeht und seiner Ansicht nach, und ich stimme dem Ganzen aus meinem Halbwissen als Nichtmediziner auch völlig zu, ist die Lösung, mit der ionisierenden Strahlung im Weltall umzugehen, tatsächlich der Nahrungsverzicht. Das heißt, allein durch ein Fasten zwei bis drei Stunden vor Flugbeginn bis kurz vor der Landung, nach der Landung kann man diskutieren. Nahrung ist auch ein Zeitgeber, das heißt, wenn die Zeitzonen allzu weit auseinander liegen könnten, durchaus ein Frühstück im Flugzeug dann aus anderen Gründen wieder sinnvoll sein, aber sonst kann man wohl die Folgen der Weltraumstrahlung allein durch Fasten im Flugzeug sehr gut illuminieren. Also das mal dazu. Unabhängig von der Weltraumstrahlung, die wir jetzt kennen, seit Flugzeuge als Passagiermaschinen unterwegs sind, hat sich natürlich sonst viel verändert. Das Rauchen im Flugzeug ist Gott sei Dank nicht mehr gestattet, wenn man nicht gerade im König von Thailand im Flugzeug unterwegs ist, der wohl bis heute Zigarre im Flugzeug konsumieren darf. ist es tatsächlich so, es hat sich viel Positives getan, jedoch haben wir vor rund sechs Jahren, würde ich sagen, global so eine Zäsur bekommen, dass sich das Wi-Fi, das wir vom heimischen Drahtlos-Netzwerk alle oder die meisten heutzutage kennen, benutzen und auch ein bisschen die Vorstellung haben, ist jetzt nicht toll, aber es ist jetzt auch nicht der Untergang der Welt, wenn man sensibel mit dem Ding umgeht und es nachts ausschaltet, hat sich das Wi-Fi ins Flugzeug bewegt. Interessanterweise ist das Problem, wenn wir das mit so einer negativen Konnotation versehen wollen, in dem Fall gar nicht so sehr die Tatsache, dass es ein Wi-Fi in dem Flugzeug gibt, sondern das Problem ist tatsächlich der dümmsten mögliche Nutzer und die Kombination von verschiedenen Situationen. Das heißt, grundsätzlich kennen wir das alle, wir boarden auf dem Flieger und wenn es jetzt nicht zufälligerweise bloß auf eine Fährdinsel auf den Balearen geht, sondern das Ganze tatsächlich Langstrecke ist, wird man darüber informiert, was es an Möglichkeiten im Flugzeug gibt. Man wird gebeten, das Flugzeug entweder auszuschalten oder in den sogenannten Flugmodus zu versetzen, bis die Startprozeduren durchgeführt worden sind und irgendwann, nach 20 Minuten, hat man dann die Flughöhe erreicht und bevor die mal mehr oder mal weniger kompetenten Flugbegleiter Sternchen innen uns mit Service zu überhäufen beginnen, kommt die Information, man dürfe sich jetzt mit dem Bord-Wi-Fi verbinden. Anekdotisch, ich habe mir das in der C angeschaut, ich habe es mir in der Y angeschaut und das mehr als einmal, würde ich mal davon ausgehen, dass von zehn Leuten sieben, bestenfalls eher fünf, in der Lage sind, das so zu machen, wie es sich die Telefonhersteller und die Fluglinien vorstellen, also sprich den Flugmodus nicht komplett zu deaktivieren, sondern sich einzig und allein mit dem Mobil-Device, mit dem Bord-Wi-Fi zu verbinden. Das klingt jetzt für uns im ersten Moment total selbstverständlich, aber ich rate da echt mal zum Schulterblick. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Menschen der Auffassung sind, wenn das gesamte Telefon die nächsten zwölf Stunden mit Vollgas in einem Fahrrad-Däschchen-Käfig verzweifelt versucht, den Ping von einer Sendeantenne zu bekommen, dann schadet das nichts. Bluetooth-Headsets, Bluetooth-Mäuse, also all der ganze Scheiß funkt im Endeffekt in unserem Fahrrad-Däschchen-Käfig dann auch noch mit und da das Ganze von der Strahlenbelastung tatsächlich so ist, dass es ordentliche Schwierigkeiten geben kann, zumindest, dass die Strahlen final dann irgendwie aus dem Flieger auch wieder austreten, bevor das Flugzeug gelandet und wieder mit einer Erdung verbunden ist, ist das sicherlich schon mal sehr, sehr spannend anzusehen. Ändern kann man es so auch aus meiner Sicht nicht, aber es ist ja ein Thema der Aufklärung. Also die Leute, die funken ja nicht da sinnlos drin rum, sondern die machen sich einfach keine Gedanken drüber, weil viele schlicht nicht wissen, was Strahlung mit ihnen macht und wie Strahlung auch auf unser Nervensystem wirkt und eben Stress dort auslöst. Das heißt, hier ist meiner Meinung nach der einzig mögliche Weg, eine Aufklärung herbeizuführen, wie wir das ja jetzt auch in dem Podcast machen, damit man, wenn man das nächste Mal ins Flugzeug steigt, sich zweimal überlegt, welche Funk- oder Sendeleistungen man jetzt aktiviert oder besser für den Flugdauer mal deaktiviert lässt. Denn letzten Endes den Schaden, den nehmen ja wir. Also der Flugmodus ist nicht dafür da, die Elektronik an Bord zu schützen, sondern uns, also ich mich selber, indem ich das aktiviere. Absolut und wie gesagt, das Thema elektromagnetische Strahlung oder elektromagnetische Strahlung in elektromagnetische Felder verfolgt uns ja im Endeffekt sowieso als unser gesamtes Leben lang. Das heißt, im sichtbaren Bereich, auch das spielt natürlich bei einer Flugreise eine Rolle, haben wir die Lichtstrahlen, haben damit unterschiedliche Zeitgeber. Absolut und sicher ein ganz spannendes Thema, auf das wir ja gleich auch nochmal eingehen mit dem Licht und der Wirkungsweise. Ich würde aber nochmal gerne auf die Strahlung zurückkommen. Jetzt haben wir gesehen, alles mögliche funkt im Flugzeug. Also ich habe das Bluetooth, WLAN und auch mein Telefon, was vielleicht nicht im Flugmodus ist. Und das wirkt auf unser Nervensystem. Vielleicht ist hier ganz interessant nochmal zu erwähnen, das Telefon selbst ist ja das Problem. Also das sendet nicht immer in der gleichen Intensität, sondern abhängig davon, wie stark das Signal einer Funkantenne oder des WLANs ist, was reinkommt, versucht das Handy dieses Signal aufzunehmen. Das heißt, bei ganz schwachem Signal sendet unser Handy sehr viel stärker, also ein starkes Sendesignal, als wenn ich ein starkes Eingangssignal von der Funkantenne bekomme. Und weil im Flugzeug eben gar kein Empfang ist, also da ist kein Sendemast in der Nähe, versuchen alle Telefone auf maximaler Leistung nach diesem Signal zu suchen. Und das in einem faradäischen Käfig, wo die Strahlung nicht raus kann, ist jetzt eben das Problem. Und ein sehr, sehr großes Problem, wenn wir ehrlich sind. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn jetzt tun, um mich davor zu schützen? Sagen wir mal so, ich nenne es jetzt mal Elektrosmog-Hygiene am eigenen Leib. Es gilt natürlich im Flugzeug genauso wie überall sonst. Das heißt, bei den eigenen Devices darauf zu achten, dass alles, was nah am Körper getragen werden muss, bitte nicht strahlen kann. Es ist Selbstschutz und wird vermutlich im Laufe der Zeit die Darwin-Avarts ablösen, weil irgendwann einfach diejenigen, die das nicht mit der Reduplikation nicht mehr am Start sein werden. Also insofern ist das jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich keine strahlungsemitierenden Geräte am Körper zu tragen, zumindest nicht auf lange Zeit, gilt natürlich im Flugzeug genauso wie überall. Super interessanter Punkt. Dazu gibt es jetzt demnächst auch von mir ein YouTube-Video auf dem Kanal, wo man einfach mal Thema Eierkocher in der Hose schaut, was Strahlung wirklich mit unserem Erbgut macht. Also Männer wie Frauen sind von körpernaher Strahlung, besonders eben im Bereich der Fortpflanzungsorgane, nicht unbedingt gut beseelt. Und das ist ein Thema, wo man definitiv mal hingucken muss. Aber Andreas, lass dich hier nicht unterbrechen. Was können wir sonst noch gegen die Strahlung tun? Wir können durch das Ausstecken von einem Wi-Fi-Router am Abend, durch das Umpositionieren des Bettes im Schlafzimmer und Ähnlichem sehr, eigentlich mit relativ geringen Mitteln eine Schlafumgebung erzeugen, in der wir in der Lage sind, zumindest mal diese sieben bis acht Stunden, die wir in der Regel heutzutage an Schlaf bekommen, in einem strahlungsarmen Umfeld zu verbringen. Das ist in meinen Augen auch für die Regeneration, aber auch teilweise für die Entgiftungsfunktionen fürchterlich wichtig und wertvoll. Das ist natürlich im Flugzeug logischerweise immer ein bisschen schwieriger, weil wir da halt nicht nur unseren eigenen Entscheidungen, sondern auch den Entscheidungen all der liebreizenden Passagiere und Mitreisenden, die auf viel zu engem Raum mit uns zusammen da eingepfercht worden sind, ausgesetzt sind. Das heißt, die eine Möglichkeit für die Flugreise, zumindest was jetzt mal das Thema Strahlung angeht, bevor wir dann weitergehen, ist von der Borch mal wieder zu bemühen, der irgendwann mal in einem Vortrag festlicherweise gesagt hat, du sollst dich nicht wegen Stressoren stressen, weil ich glaube, im Flugzeug zu sitzen und sich bewusst zu sein, dass jetzt gerade 728 Beweises mit voller Ladung für die nächsten 12 Stunden Strahlung in diesen Fahrradation-Cafe reinpumpen ist nicht die Grundlage dafür, dass man entspannt fliegt und dementsprechend entspannt ankommt. Also insofern, ja, es ist so. Und wenn man jetzt im Jahr zwei- oder dreimal international fliegt, dann kann das, glaube ich, im Sinne von ein bisschen Resilenz, im Sinne von, was uns nicht umbringt, macht uns härter, auch durchaus verargumentiert werden, ab 160.000 tatsächlichen Meilen im Jahr im Flugzeug verbringen, da könnte es durchaus sinnvoll sein, noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen, weil man da einfach von Wochen im Flieger im Endeffekt spricht und das, was früher mal als eines der Elitezeichen der Businesswelt angesehen wurde, also der gute Hon, ist ja im Endeffekt jemand, der von der Lufthansa das Geld nur deswegen bekommt, weil er hoffentlich sich später nicht als Strahlenschutzopfer verklagen wird, weil wenn du mal die entspannte Zeit im Jahr wirklich im Fahrradation-Cafe im Flugzeug gewesen bist, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen und da bringt der Limousinenservice und der Kaviar in der Lounge auch nicht mehr viel. Das heißt, für die Zielgruppe, die wirklich viel unterwegs sind, gibt es tatsächlich den Bereich der Elektrosmog-abschirmenden Bekleidung. Ja, da habe ich ein kommerzielles Interesse. Ja, ich durfte mit der Firma KTC zusammen eine limitierte Edition von Reiseschlafsäcken, Reisehosen und ergänzenden Baseballkappen produzieren, die es auch in verschiedensten Online-Stores, wie dem Online-Store vom Lanzerhof für die Schlafsäcke, dem Biohacking-Bookstore für die Hosen oder die Upgrade-Labs in Amerika für die Kappen gibt. Selbstverständlich sind die Sachen auch so fern verfügbar in München, bei Breitfeld Biohacking im Zuge von einem Lab-Besuch so zu entstehen. Jedoch muss man ganz klar sagen, das sind sehr, sehr hochpreisige Lösungen, die wirklich für den viel, viel Fliegenden zugeschritten sind. Und ich möchte nicht jemanden, der einmal im Jahr nach Ibiza mit der Familie fliegen darf, dazu auffordern, sich die Sachen zu holen. Also bitte diejenigen, die da in die Zielgruppe reinfallen, mögen mit ihrem Geld etwas vernünftigeres anfangen. Nichtsdestotrotz, das kann es ja nicht gewesen sein, dass es nur hochexklusive Materialien für diejenigen gibt, die extrem viel fliegen und für den anderen gibt es gar nichts. Alles Weitere, da kann man sich in dem bunten Feld von Abschirmbekleidung bedienen. Da gibt es mehr oder minder effiziente abschirmende Unterwäsche, da gibt es mehr oder minder abschirmende Leibchen für diejenigen, die kein Problem damit haben, dass sie beim Betreten des Flugzeugs von den Mitreisenden mit der Bloody Mary beschüttet werden, weil ihre Klamotten überhaupt nicht zu ertragen sind. Dann sei der amerikanische Online-Store von LESS EMF empfohlen. Da gibt es dann auch aus Kettenhändenmaterial gefertigte Kappen und ähnliche Besonderheiten gegen Elektrosmog. Also es kann alles auch ein bisschen skurril werden, aber nichtsdestotrotz, es gibt Sachen, die kann man verdeckt tragen und wenn man feststellt, man ist wirklich viel unterwegs, kann das eine Lösung sein. Last but not least hoffe ich, unsere Zusammenarbeit mit den Experten, die deutsche Bundesregierung auch im Bereich Strahlenschutz beraten und da auch Vermessungen durchführen lässt mir eine gewisse Hoffnung, dass man auch im Bereich Strahlenschutz im Flugzeug beziehungsweise eigentlich ähnlich auch im Zug und im Bus und in allen anderen Gerichten, dass da noch ein bisschen was passieren wird. Im Arbeitsschutz stehen dank der EU relativ vernünftige Rahmenverordnungen sozusagen vor der Tür, die auch noch nicht komplett umsetzbar oder umgesetzt worden sind. Aber ich glaube, das Thema Schutz vor Elektrosmog wird relevanter und wer das nicht glauben mag, der möge mal Radartechniker, Bundeswehr, Klagekugeln, dann wird man feststellen, dass es eben auch in der Vergangenheit bei anderen unproblematischen Strahlungsformen immer wieder Präzedenzfälle gegeben hat, wo einzelne oder mehrere an den Nebenwirkungen der Strahlung schwer erkrankt sind und interessanterweise damals auch schon von den Gerichten grundsätzlich gegenüber dem Arbeitgeberrecht bekommen haben. Das heißt, das Thema ist ein bisschen mit einer negativen Konnotation versehen, weil es halt nur teure, aufwendige Lösungen gibt und das, was wir sonst so gerne mögen, der einfache Heck für zu Hause, der ist halt in diesem fremdbestimmten Setup ein bisschen schwierig, aber jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach noch kurz drüber, was da sonst noch so in dem Flugzeug so vor sich geht und was man tun kann. Genau, lasst mich das hier nochmal kurz für die Zuhörer zusammenfassen. Also ganz wichtig, wir reden nicht von einer Stunde Flug nach Mallorca im Jahr, sondern wir reden hier von dem Problem, das auftritt, wenn man wirklich sehr viel, der Andreas sagt 160.000 Meilen oder fünf, sechs Mal im Jahr interkontinental fliegt, dann haben wir einfach eine Belastung, die eine Höhe, also einen Wert, ein Maximum erreicht, was für den Körper nicht mehr gut ist. Und alles andere kann man dann auch relaxed sehen und sollte sich vielleicht stattdessen generell mal Gedanken machen, wie man auch zu Hause Strahlen reduzieren kann. Andreas, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was man beim Fliegen sonst noch optimieren kann, dann hatten wir eben das Thema Licht angesprochen. Wo sind da weitere Einflussfaktoren, wo ich auch als Nicht-Vielflieger gesünder auf der Reise unterwegs sein kann? Ich hatte ja vorher schon mal versucht, diesen Bogen zu schlagen von den unterschiedlichen elektromagnetischen Feldern und im Endeffekt ist ja das Interessante, dass sowohl die sichtbaren Lichtstrahlen als auch die nicht sichtbaren Lichtstrahlen elektromagnetische Felder darstellen, genauso wie eben auch unser Thema Elektrosmacht, das wir gerade hatten, auch das elektromagnetische Feld der Erde, das mit diesen 7,8 Hertz vibriert, schrägstrich vom Square Verweis werde, das Thema Schumann-Resonanz der Erde, das passt jetzt hier nicht so sonderlich her, aber ich kann einfach nur jeden einladen, sich mit einer kurzen Google-Suche oder vielleicht gibt es da auch einen Artikel bei dir auf der Seite in Kürze. Das ist eine ganz super Idee, da werde ich doch mal drüber nachdenken. Die Schumann-Resonanz ist unendlich wichtig und das elektromagnetische Feld der Erde ist unendlich wichtig und da ich jetzt die Kiste schon aufgemacht habe, wäre es der erste Hack, Biohack für alle, die viel mit dem Flugzeug unterwegs sind, und sich wirklich nochmal tatsächlich versuchen zu erden, bevor man quasi ein Flugzeug besteigt. Wie kann das aussehen, wenn man kleine Flughäfen wählen darf, wenn man Flughäfen wählen darf, die womöglich noch sowas wie Freibereiche haben, ist es tatsächlich so, auch wenn es vielleicht an einen oder anderen Mitreisenden irritieren mag, nochmal die Schuhe auszusehen, sich ein Flecken Gras oder sowas zu suchen und dann wirklich vier bis fünf Minuten mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Das kann bereits einen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Flug machen. Alternativ ist es natürlich so, dass jedes Flugzeug vor dem Start mit einem Erdungssystem über das Sportstromnetz verbunden ist. Das heißt, wenn man sagt, ich habe es vorher nicht geschafft oder da war kein Grün oder was soll der Scheiß, sowas wie den Schuh ausziehen und den Socken ausziehen und mal ein bisschen an dem Metallteil vom Vordersitz, vom Start sich verbinden, soll durchaus schon gereicht haben, um einerseits die Körperspannung, also die elektrische Körperspannung zu reduzieren und tatsächlich nochmal eine Erdung herbeizuführen, ob die dann genau die 7,8 der Erde, das sei dahingestellt, aber das sind zumindest die beiden gängigen Wege. Für die denn das zu blöd ist, gibt es beispielsweise bei der Reisebekleidung, die ich entwickelt habe, natürlich auch wieder einen Erdungsanschluss. Da klickt man dann einfach eine kleine Klemme an ein beliebiges Metallteil vom Vordersitz und hat damit das Gleiche, ohne sich irgendwie mit dem An- oder Ausziehen von Schuhen oder Ähnlichem beschäftigen zu müssen. Oh ja, Grounding ist ein hochinteressantes Thema. Ich muss sagen, für mich noch teilweise ein bisschen in die freakige, spirituelle Richtung, aber wenn man sich das mal zusammengoogelt, es macht halt einfach Sinn. Also der Körper und die Zellen, alles kommuniziert auf Frequenzen und eben über elektromagnetische Wellen und Austausch dieser Wellen und man kann es ja letzten Endes auch messen. Die Frage ist jetzt halt eben, was bringt das und wie kann ich das spüren? Weil wenn ich jetzt ein bisschen über Gras laufe, dann merke ich nichts. Ich merke aber dadurch, dass ich jetzt immer im See bin, wenn ich meine Eisbäder mache oder dann über die Wiese laufe, merke ich schon einen Unterschied zu Tagen, wo ich nur im Büro bin und keinen natürlichen Grund berühre. Von daher löst sich auch bei mir da langsam der Knoten und es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber dennoch, also ich habe ja die Prototypen und Vorläufe alle in den unterschiedlichsten Fluglinien vorne wie hinten mit den unterschiedlichsten Carriern ausprobiert. Und interessanterweise gerade beim Bordpersonal stößt man auf erstaunlich viel Verständnis. Das heißt, wenn du da mal anfängst, irgendwie denen zu erklären, was du da tust oder warum du deinen eigenen Schlafsack dabei hast, dann sagen die meisten von denen nicht, dass du bist du Voodoo-Priester, sondern fragen nach, wo es das Ganze geben könnte, weil es ja auch in ihrem Umfeld durchaus Leute haben, denen bewusst ist, dass wir da spannend unterwegs sind. Nachdem wir jetzt den Elektrosmog angeschaut haben und die Erdfrequenz angeschaut haben, möchte ich jetzt nochmal wirklich dediziert auf das Thema Lichtgesundheit eingehen. Da ist es so, wir haben nicht nur in den Augen und auf der Haut, sondern offensichtlich nicht am ganzen Körper und sogar auf der Oberseite unseres Gehirns Lichtrezeptoren. Das heißt, Licht erhellt nicht nur den Raum, sondern es hat auch verschiedene Wirkungen. Im Amerikanischen und im Deutschen spricht man da gerne vom Zeitgeber und dieser Zeitgeberfaktor ist dann wiederum unterteilt. Es gibt ambivalente Zeitgeber und es gibt Fixzeitgeber. Ein ambivalenter Zeitgeber, wie wir ihn aus der Natur kennen, dann wäre der Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang, weil die Rotlichtfrequenzen, die da auftreten, sind mehr oder minder identisch, haben immer die gleichen Eigenschaften. Das heißt, die Lichtfrequenz ist gleich die Tatsache, dass sie mehr oder minder in Abwesenheit einer noch spürbaren Infrarotstrahlung auftreten, also unentwärmenden Effekt, ist identisch. Andreas, also hier muss ich kurz reinspringen, weil die Folge zur inneren Uhr habe ich noch nicht gesendet. Das würde ich gerne den Zuhörern noch kurz erklären. Und zwar haben wir alle eine innere Uhr in unserem Körper, den sogenannten super-chiasmatischen Nukleus, und die interpretiert das durch das Auge einfallende Sonnenlicht. Die ist dann die Masteruhr in unserem Körper und weiß, wie spät es ist und interessanterweise auch grob, wo wir uns geografisch gerade auf der Welt befinden. Und jetzt nutzt die diese Information und gibt die an alle Zellen in unserem Körper weiter, damit zum Beispiel auch die Verdauung weiß, wie spät es ist und ob sie eben laufen soll oder sich schon mal auf die Nacht vorbereiten soll. Absolut. Aber zurück zum Thema, Licht als Zeitgeber und was kann ich tun, wie wirkt es sich aus, was ist gut und was ist nicht so fein. Gut ist es grundsätzlich tatsächlich zu versuchen, die innere Uhr zumindest einen guten Tag vor dem Start einer Geschäftsreise schon so einzustellen, dass sie mehr oder minder etwas näher an die Zeitzone heranrückt. Das heißt, man findet bis heute in so viel Fliegerfohren einfach so Tipps von Ex-Flugbegleitern oder Businessleuten, die einfach sagen, okay, wenn ich weiß, ich muss nach Asien und alles wird früher, versuche ich zumindest mal zwei Abende vorher, einen Abend vorher atypisch zwei, drei, vier Stunden früher im Bett zu sein, um sich da schon mal so ein bisschen an die Effekte der Zeitverschiebung zu gewöhnen. Das kann durchaus helfen. Dazu gibt es im Bereich des Blaulichts, das ja normalerweise bei uns eine Konnotation hat von Wachmacher, eine Konnotation hat von deinem Feind am Abend im Sinne von Schlafstörungen erzeugen, Melatoninproduktion unterdrücken. Da können wir ja nachher noch drauf eingehen. Aber wenn man sich das anschaut, ist es natürlich auf der anderen Seite auch so, Blaulicht ist ein Zeitgeber. Blaulicht sagt auf der einen Seite aus, nach einer Exposition zu einer vernünftigen Blaulichtquelle, Klammer auf, Mittags, Sonne, unterbricht der Körper für die nächsten sechs bis acht Stunden definitiv jede Form von Melatoninproduktion. Das ist halt die Mittagszeit. Das heißt grundsätzlich kann Blaulichter was, was es genau kann und wie man damit umgeht. Da gibt es zwei Firmen, die haben das relativ clever für Vielflieger gelöst. Das eine ist Nomad Performance. Die haben eine blau blockierende Brille, die gleichzeitig irgendwie im Rahmen ein paar LEDs verbaut hat und dann auf Knopfdruck Blaulicht emittiert. Damit kann man sozusagen im verregneten Hamburg die Mittagszeit in Hongkong oder in Bangkok oder sonst wo ein oder zwei Tage vorher schon mal simulieren und damit anfangen, der Uhr quasi eine neue Ausrichtung zu geben. Genau, hierbei ist es ja jetzt auch ganz wichtig, dass man das zeitlich vorgelagert macht. Also der Matthew Walker, der sagt ja in seinem großen Buch vom Schlaf, sagt er, dass der Körper nicht in der Lage ist, einfach mal acht Stunden sich umzustellen, sondern dass man so ein bis anderthalb Stunden pro Tag sich an eine andere Zeitzone herannähern kann. Das heißt, je nachdem, wohin ich fliege, macht das durchaus Sinn, sich drei, vier, fünf Tage vorher bereits auf die Reise vorzubereiten und sukzessive mit der Hilfe natürlich auch von Licht und früher schlafen gehen, an die neue Zeitzone anzupassen. Absolut. Und wie gesagt, ich glaube, der Human Charger ist sowas wie ein Schweizer Taschenmesser für Vielflieger geworden. Die Brille von Nomad ist ein bisschen neuer, ist vielleicht ein bisschen fresher vom Ansatz, muss jeder selbst wissen, was er da tun möchte. Aber das sind sicherlich Geschichten. Rotlicht, wenn man sowas zufälligerweise schon im Haus hat, kann man natürlich auch entsprechend als ambivalenten Zeitgeber nutzen. Und auch wenn man zu einer unsäglich frühen Zeit quasi schon ins Bett geht, sieht das Ganze wenigstens mit einem Sonnenuntergang sozusagen triggern. Achtung dabei, das passt zwar jetzt auch nicht rein, aber die Information nicht zu geben, wer fahrlässig, Rotlicht ist eben ein ambivalenter Zeitgeber. Das heißt, nach einer Rotlichttherapie sollte man die nächsten Stunden wirklich ziemlich dringend weitere Expositionen zu einem Blaulicht gegenüber vermeiden, weil sonst passiert im schlimmsten Fall das Gegenteil vom Erwünschten. Das Blaulicht pusht uns noch weiter und ist für den Körper aufgrund des Rotsignals davor automatisch Mittagszeit und das ist nicht so gut. Okay, das heißt, Blaulicht sinnvoll einsetzen, wo man kann Rotlicht sinnvoll einsetzen, wo man kann Blaulicht vermeiden, wo man es nicht braucht, wäre jetzt der dritte Punkt. Auch an der Stelle nochmal kurz zusammengefasst, wie schon im Podcast mit Luminous Red, wo wir über das Rotlicht gesprochen haben, kommt demnächst auch der Podcast mit Nomad Performance, wo wir gerade über das Blaulicht und die Lichtbrille auch sprechen werden. Generell kann man sagen, am Morgen und am Mittag, da ist im natürlichen Sonnenlicht der Blaulichtanteil sehr hoch. Das heißt, wenn wir zu diesen Zeiten Blaulicht abbekommen, werden wir fit, werden wir aktiv. Der Körper stellt die Hormone so ein, dass wir was tun können und wach sind. Am Abend sinkt dieser Blaulichtanteil und der Körper orientiert sich eher am Rotlicht. Das heißt, am Abend müssen wir Blaulicht meiden und Rotlicht konsumieren, damit wir eben runterfahren können, Melatoninproduktion angestoßen wird und unser Körper sich auf die Nacht vorbereiten kann. Absolut. Und kurz gesagt, wir haben ständig Blaulicht um uns herum, egal ob im Flugzeug, am Flughafen bereits, im überdachten Bereich, in der Lounge oder Sonstiges. Und je nachdem bei einem kritischen Blick auf die Uhr, je nachdem mit einem kritischen Blick auf die Frage, wann möchte ich, sollte ich, muss ich heute schlafen, damit ich am Zielort bereits performen kann, ist es da natürlich auch wieder sinnvoll zu sagen, okay, so sechs bis acht Stunden spätestens, bevor ich dann irgendwann mal schlafen möchte, muss man wirklich überlegen, kann ich mich diesem ständigen Blaulicht-Hagel entziehen. Und da ist es tatsächlich so, dass der Griff zur Blue Blocker-Brille in meinen Augen fast unvermeidlich erscheint, die Idee, dass wir inzwischen Brillen brauchen, die in der Lage sind, Lichtfrequenzen auszublenden, sage ich jetzt mal, die uns in dem Moment, in dem sie auf uns zukommen, nicht so gut tun, ist zwar ein bisschen schade, aber entstammt eigentlich der digitalen Arbeit am Computer, wo man halt irgendwann auch mit den neuen Monitoren festgestellt hat, dass alle, die abends noch zu lange davor gesessen sind, dann auch Riesenprobleme hatten, einzuschlafen. Und inzwischen gehört es zu einem sinnvollen Industriearbeitsplatz auch dazu, dass man über Blau-Blocker-Brillen verfügt, die im Idealfall sogar nicht farbverändert sind und auch in der Grafik und im sensiblen Bereich eingesetzt werden können. Für die, die es noch ein bisschen härter haben wollen, gibt es dann auch diese klassischen Blue-Blocker-Brillen, die dann mit Orangen und Gelben Gläsern daherkommen. Gut, du drückst das jetzt hier auch so vorsichtig aus. Also aus meiner Sicht, das ist ja ganz hartes Thema, das ist allgegenwärtig und da steckt wirklich geprüfte Wissenschaft dahinter. Also wenn wir uns einfach mal schauen, dass Apple, Google, Microsoft in ihre Geräte, also auf jede Software, extra Blaulichtfilter einbauen, der Nachtmodus bei Windows, der Augenkomfort bei Android, ich glaube Blaulichtblocker bei Apple, das wird ernst genommen, das Thema und das hat einen seriösen Impact auf unsere innere Uhr und kann diese auch extrem hart verstellen. Deshalb ist ja das Smartphone am Abend so schädlich für uns oder stört den Schlaf so hart. Ich selbst berichte auch immer gern von diesem Camping-Gefühl. Jeder kennt diese Camping-Müdigkeit, wenn man den ganzen Tag draußen ist, abends noch am Feuer sitzt und kurz nach Sonnenuntergang schon fast schlafen kann. Das liegt eben nicht an der frischen Luft zwangsweise, sondern ein ganz großer Teil an dieser Müdigkeit ist einfach unsere natürliche Müdigkeit, weil wir den ganzen Tag natürliches Licht abbekommen haben und unser Körper wirklich mal im gesunden, natürlichen Rhythmus schwingen und arbeiten kann. Absolut. Und wie auch immer, der Markt hat eine Vielzahl von Blaulichtblocker-Brillen. Manche haben großartige Nebenwirkungen, sind nämlich auch großartig zur Empfängnisverhütung, weil sie so wahnsinnig hässlich sind, dass die Partnerin einmal die Brille gesehen hat und danach nicht wieder im Schlafzimmer erscheint. Aber selbst das soll im Flugzeug nur ein geringeres Problem sein. Grundsätzlich kann ich da nur anraten, sich ein bisschen im Internet klug zu machen. Es gibt eine Vielzahl von verlässlichen Firmen, die das inzwischen sehr gut machen und für die, denen es vielleicht so ein bisschen so geht wie mir, da ich jetzt doch schon ein bisschen älter bin und in meinem Leben vielleicht schon die eine oder andere Brille verbraucht habe, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich einen Brillenrahmen auszusuchen, der wie ein Brillenrahmen aussieht, der Scharniere hat, die wie Scharniere funktionieren und dann beim Optiker deines Vertrauens die nachverglasen zu lassen und dann wirklich eine Blublocker-Brille zu haben, die von der Passform und allen Dingen auch dem entspricht, was man ab einem gewissen Alter noch im Gesicht haben mag. Jetzt stellt sich die Frage, was fehlt uns noch und was können wir noch tun? Grundsätzlich ist es so, was man beim Strahlenschutz oder bei der Strahlendiskussion immer gerne vergisst, ist die Frage, ja wie schadet es denn eigentlich? Die Antwort ist, das wissen wir noch nicht so genau, wir wissen nur, dass es das tut. Das heißt, rein physikalisch wissen wir, dass wir bereits nach zwei Minuten mit einem Telefon in Vollfunktionsform in der Hosentasche oder nach einer Minute mit einem Telefon ohne entsprechend sinnvoller Kopfhörer, Air-Trips oder sowas am Ohr eine signifikante Erwärmung der Körpertemperatur verzeichnen, die auf Dauer definitiv zellverändernd ist. Das heißt, es gibt einen Grund, dass eine Firma wie Apple eine Warnung auf dem Telefon, zumindest für den kalifornischen Markt, darauf hat, dass man bitte nicht mit dem Telefon am Ohr telefonieren möge. Brave New World, aber das heißt, das darf man gerne mal berücksichtigen. Gleichzeitig scheint es so zu sein, dass wir sogenannte spannungsgesteuerte Calciumkanäle in der Haut eingebaut haben, die auf jede Form von Elektrizität reagieren. Grundsätzlich ist das sehr praktisch, egal ob man ein Haustier streichelt oder die Partnerin vorbeikommt oder der Partner oder ob wir uns auch selber streicheln, jede dieser Berührungen setzt sozusagen eine kleine Menge an elektrischer Spannung frei. Diese Spannung reicht, um den spannungsgesteuerten Calciumkanälen Bescheid zu geben, dass sie jetzt eine gezielte Dosis Calcium in die Zelle abgeben sollen und das ist gut und das war von der Evolution auch lange als sehr sinnvoll anzusehen. Zwischenzeitlich haben wir halt jetzt leider das Problem, dass die höheren Mobilfunkfrequenzen 4G, 5G mehr oder minder permanent den Körper mit leichten Strömen versorgen, die zur Folge haben, dass die spannungsgesteuerten Calciumkanäle teilweise gar nicht mehr schließen. Was da die Langzeitfolgen sind, das ist ein Teil dieses großartigen Experiments Strahlung und Mobilfunk, an dem wir gerade alle teilnehmen dürfen. Das, was zum jetzigen Zeitpunkt sicher gesagt werden kann, ist, besorgt solcher Magnesium, besorgt solcher Kalium und versucht mit den beiden Mineralstoffen mehr oder minder da im Flugzeug einen Ausgleich zu schaffen. Ansonsten scheint es ja so zu sein, für die ionisierende Strahlung, die wir vorher hatten, die Weltraumstrahlung, war es das Thema Fasten. Für die nicht ionisierende Weltraumstrahlung gibt es abgesehen von Magnesium und Kalium noch zwei Ansätze, die ich zum Abschluss gerne noch teilen möchte. Der eine ist das Thema molekularer Wasserstoff. Molekularer Wasserstoff ist nicht nur das kleinste Element im Periodensystem, sondern zeichnet sich aufgrund seiner Bindungsfreudigkeit auch dadurch aus, dass es quasi ein ideales Antioxidant ist. Das heißt, molekularer Wasserstoff ist ein natürlicher Gegner von oxidativen Stress und kann deswegen sowohl im Alltag als auch im Flugalltag verwendet werden. Im Flugalltag würde ich sogar deutlich höhere Dosen an molekularem Wasserstoff als im normalen Alltag empfehlen. Glücklicherweise gibt es von einer Handvoll renommierter Hersteller mehr oder minder vernünftig alle gleichartig aufgebaute Wasserstofftabletten, also Tabletten auf Magnesiumbasis, die, wenn man sie ins Wasser wirft, in zwei bis drei Minuten eine vernünftige Menge molekularen Wasserstoff freisetzen. Das Magnesiumsalz, das da quasi mitverarbeitet wird, schadet uns auch nicht, speziell im Zusammenhang mit dem Elektrosmog. Scheint das eine sehr günstige Kombination zu sein. Anekdotisch gesehen hat mir molekularer Wasserstoff im Flugzeug sicher ein bis zwei Tage Zeitzonenadaptierung verkürzt und es gab Zeiten, da war ich nach einer langen Langstreckenreise nicht mehr sonderlich scharf drauf, noch einen Mietwagen Empfang zu nehmen müsste, weil es ein paar Automobile Ausflüge gab, die nicht ganz so geändert haben, wie ich es mir gewünscht hätte, weil ich nach 14 Stunden ohne Schlaf und keine Ahnung, was durchaus auch mal in der Lage war. Einen anderen Straßenverkehrsteilnehmer mit seinem Auto ein bisschen zu touchieren oder eine Ampel zu übersehen, dank molekularem Wasserstoff hat sich das Gott sei Dank bei mir tatsächlich wieder eingekriegt. Es gab mir nicht nur ein bisschen Freiheit zurück, sondern es scheint halt tatsächlich auch ein Zeichen zu sein, dass da was sehr Positives passiert. also molekularer Wasserstoff im Allgemeinen möchte ich... Er ist übrigens auch ganz super gegen Kater. Genau. Zum Thema molekulares Wasserstoff im Allgemeinen würde ich einfach mal sagen, im deutschsprachigen Raum Karl-Heinz Asenbaum, im amerikanischen Bereich den Tyler W. LeBaron von der Molecular Hydrogen Foundation. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie mindestens zehnmal so schnell reden wie ich und hundertmal so viel Wissen haben, also durchaus Albtraum-Szenarien darstellen könnten, aber in der Summe tatsächlich einen guten Überblick geben, warum molekulare Wasserstoff wichtig ist und was er für uns tun kann. den haben wir jetzt gerade eingesetzt, um den oxidativen Stress runterzufahren und dann scheint es so zu sein, dass auch sämtliche NAD, NAD-Plus-Vorstufen, die es als Nahrungsmittelergänzung gibt und teilweise auch als, wie sagt man, Zäpfchen zur Verfügung stehen, das ist also alles, was irgendwie mit dem NAD oder mit dem Glutadionkreislauf zu tun hat, scheint dem Körper auch noch unheimlich gut zu tun. Da nochmal ein Verweis auf Joe Mercola, der sich ja wie kein Zweiter mit den unterschiedlichsten Wirkstoffen innerhalb von Nahrungsmittelergänzungen auseinandersetzt und auseinandergesetzt hat. Ich persönlich habe noch eine gewisse Liebe für das Ubiquinol im Flugzeug, das ist auch ein sehr starkes Antioxidant und kann dann noch synergetisch wirken, aber auch da nicht wegen Stressoren, Stressen, wenn man zwei oder drei Substanzen hat, wo man sagt, die helfen mir ein bisschen damit besser umzugehen, halten mich ein bisschen frischer und halten den Stress auf molekularer Ebene ein bisschen weiter unten, dann ist es da glaube ich auch schon fein. Ja, jetzt hatten wir doch schon mal einen super Überblick, wir haben das Thema Elektrosmog angeschaut, wir haben uns angeschaut, wie Nahrung und Licht auf den Körper wirken, sind mit dem molekularen Wasserstoff bis runter auf die Zelle und haben somit glaube ich ein ganz rundes Paket geschaffen für den Zuhörer, wie man in Zukunft gerade längere Flugreisen dann doch mehr unbeschadet überstehen kann und wie man sich vor allem an die neuen Zeitzonen wesentlich schneller gewöhnen kann. Andreas, von daher, ich möchte dir vielmals danken für die ganzen Einblicke deiner Anekdoten aus deiner eigenen Erfahrung und vor allem die ganzen Hinweise und Verweise dann auch auf Produkte, auf die Hersteller, ich glaube, das hilft immer jedem, damit man sich ein bisschen schneller zurechtfindet beim ersten Angoogeln und ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Insights, ich glaube, du hast dem einen oder anderen die nächste Dienstreise deutlich vereinfacht. Ja, so soll es sein und von meiner Seite auch nochmal ein lautes Danke für den Besuch und die Gelegenheit, das zusammen aufzunehmen. Weiterhin voll Erfolg und safe travels. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge für die Optimierung auf Dienstreisen hier im Peak-Wolf-Podcast. Wenn du weitere führende Informationen zu dem Thema willst, hör unbedingt auch mal in die Folge mit Luminous Red rein und die bald erscheinende Folge mit Nomad Performance, wo wir vor allem auf die Thema Licht und Licht Optimierung nochmal ganz dediziert eingehen werden. Ich hoffe, du hast für dich viel mitgenommen und freue mich auf das nächste Mal mit dir im Peak-Wolf-Podcast.